Uta Deko ist mir zugeschaltet aus Dresden. Frau Deko, da sind wir, okay, in dieser Kamera. Das ist alles noch nicht so ganz verständlich, was ist da passiert. Sie müssen uns das erstmal erklären. Was gab es da, seit wann und wer sind diese Männer? Wir können erstmal auch nur referieren, was wir von der Generalbundesanwaltschaft mitgeteilt bekommen haben. Und demnach sind diese sechs Männer, die heute festgenommen wurden, einer ist 20 Jahre alt, die übrigen alle zwischen 27 und 30 Männer, die sich zur führenden rechtsextremen Szene in Sachsen rechnen oder sich als solche selbst werten. Dann gibt es einen Redelsführer, der wiederum ist 31 Jahre alt, sitzt allerdings schon ein paar Tage länger in Haft, nämlich seit dem 14. September genau genommen. An diesem 14. September hat es in Chemnitz einen Übergriff gegeben auf der Schlossteichinsel der sogenannten, wurden Ausländer überfallen, wurden auch verletzt. Und da waren wohl fünf dieser Männer, darunter der Redelsführer, an diesem Überfall beteiligt. Das Ganze fand nach Augenzeugenberichten auch so statt, dass dort lautstark gerufen wurde, frei sozial national, also der typische Spruch der Rechtsextremen. Und bei diesem Überfall wurden Quarzhandschuhe benutzt und wohl auch schon verschiedene Waffen, die dort eingesetzt gewesen sein sollen. Aber so ganz genau wissen wir das auch noch nicht. Diese Ermittlungen hat jetzt auch der Generalbundesanwalt an sich gezogen. Wir wissen auch nicht, es sollen einige dieser Männer am 20. dass eine Information, die wir von der Fraktion der Sächsischen Grünen haben, freigelassen worden sein. Ob darunter jetzt Beschuldigte sind, wissen wir auch noch nicht so genau. Wir warten also genauso gespannt wie Sie auf die Pressekonferenz der Generalbundesanwaltschaft, ob wir dort mehr erfahren oder nicht. Fakt scheint aber zu sein, dass diese sechs Männer und ihr 31-jähriger Redelsführer bereits vor dem 14., also am 11. September, eine Vereinigung gegründet haben, die sich genau nannte Revolution Chemnitz, diese Gruppierung. Und diese Gruppierung soll wohl schon versucht haben, an automatische Waffen zu kommen, nach den Ermittlungen der Generalbundesanwaltschaft geplant haben. Genaueres weiß man dort offenbar aber auch noch nicht oder gibt es noch nicht bekannt. Am 3. Oktober dann schon weitere Anschläge oder einen Anschlag zu begehen. Und man soll vorgehabt haben, auf Andersdenkende, auf Politiker, Amtsträger und Ausländer Anschläge zu verüben, auch bewaffnete Anschläge. Ja, das Ganze ist ja anscheinend sehr umfangreich und hat einen sehr deutlichen Vorlauf. Unter diesem, ja, in diesem Lichte betrachtet sind manche Äußerungen von Politikern und auch von anderen Offiziellen vielleicht ein bisschen anders zu bewerten. Das müssen wir noch abwarten. Gibt es denn jetzt schon aktuelle Äußerungen von Politikern, von der Landesregierung auch in Sachsen? Also in Sachsen haben sich von allen Parteien Politiker geäußert, außer von der AfD. Die sächsische Staatsregierung hat ihren Innenminister zu Wort kommen lassen. Der hat sich beim Generalbundesanwalt bedankt, hat darauf hingewiesen, dass es eine hervorragende Zusammenarbeit gewesen sei und dass unisono war das von allen zu hören. Und der Rechtsstaat gezeigt habe, dass er funktioniert. Der Innenminister Wöller erklärte, dass man hiermit gezeigt habe, dass rechtsterroristische Strukturen schnell aufgedeckt würden und mit aller Härte bekämpft würden. Nicht ganz so optimistisch klingt das freilich bei der Opposition. Die linken Rechtsextremismus-Expertin Kerstin Köthitz hat erklärt, dass dies ja nunmehr die dritte rechtsterroristische Vereinigung in Sachsen sei. Seit dem NSU, Old School Society, dann die Terrorgruppe Freital und jetzt dieser Fall, wenn er sich denn so bewahrheitet. Und sie meinte, es sei nun an der Zeit, dass hier mal ein Zahn, eine Gangart zugelegt werde im Kampf gegen Rechtsextremismus. Auch der Vertreter der Grünen-Fraktion, Lippmann, meinte, dass man jetzt umfangreich gerade die Hintergründe der ganzen Geschichte noch ermitteln müsse. Eben auch die Rolle, die es in Sachsen gespielt habe. Der war froh, dass der Generalbundesanwalt die Ermittlungen an sich gezogen hat. Also da schon zu spüren ein kleines Misstrauen gegen die sächsischen Ermittlungsbehörden. Die SPD wiederum hat erklärt, dass alles ein sehr gelungener Schlag gegen Rechtsextremismus, wenn sich das so bewahrheitet. Hat aber darauf hingewiesen, dass es nunmehr auch darum gehen müsse, vor allem Unterstützernetzwerke aufzuklären, dort weiter zu ermitteln und die Zivilgesellschaft weiter zu stärken, dass sich das Gute, das demokratische Sachsen eben durchsetzt in der Zukunft. Ja, noch ganz kurz zum Schluss. Der Ball sozusagen, wenn man das überhaupt so sagen darf in diesem Zusammenhang, liegt jetzt allerdings dann anscheinend nicht mehr in Dresden, sondern in Karlsruhe, richtig? Aus unserer Sicht ja, der Ball liegt wohl in Karlsruhe. Die jetzt Festgenommenen und der 31-Jährige werden dem Haftrichter vorgeführt werden im Laufe des heutigen Tages und des morgigen Tages. Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofes heißt es genau genommen. Also auch der 31-Jährige. Und dort wird dann auch Ihnen erklärt, dass die Haftbefehle eröffnet werden. Und dort wird dann auch über den Vollzug der Untersuchungshaft entschieden. Ich sage für den Moment Dankeschön. Nach Dresden, UTA-DECO. Herzlichen Dank. Vielen Dank.